Ich habe hier einen kleinen Karten. Als ich gewöhnte, die Schiffe, die von Libavitsch, was man in diesem Schuss hatte, nicht enthalten war, war eine Schiffe. Sie hat sich nicht gehalten, die alle Schiffe, die gekommen sind, die von mir waren, wie von Lukács Glabramski, die sich durch die Schiffe, und sie hat sich nicht gehalten. Als ich gekommen bin, die Rebnis-Poschäden, In Debra Schaab hat er so getrun, dass der Bär schläft den ganzen Winter und er hat sich gemacht, dass der Bär in den Händen ist, der Bär hat Honig. Wenn sie auf den Winter steht, ist sie sehr hungrig und wenn sie nicht essen, ist sie von der eigenen Lappes, Lappes heißt die eigene Händen. Sie hat Honig, dass sie kein Essen von der eigenen Händen. Er hat gesagt, dass sie nicht treffen können, dass sie von den Dressen essen können, dass sie von der eigenen Lappes essen können. Was er meint, dass sie nicht mehr Böcher von der Tremel und nicht mehr machen können. Es gibt dazu eine gute Geschichte und ein paar説 appliance. Nicht Als Ong-Bak polsk ein bisschen deuten alte Flammen, dann wir Wir haben auch eine große Sache gemacht. Die wir haben gemacht, in dem Nestor, in dem Nestor. Wir haben auch eine sehr gute Idee, und wir haben einen von unseren Kollegen und haben einen Kuss gemacht. Und wenn sie das machen, wenn sie das machen, sie können lernen, sie gehen und es geht, und es geht und gibt es, und jeder bestimmte Sache, wird sie aufschloten. Und er hat schon verstanden, was wird sein. Und er machte es, er geht geben ihm ein Schier auf Daff Aleph, auf der Schabler. Wenn er geht, kommt ein Fahrer durch ihn. Das ist sein Schier. Und er gibt ihm den Schier und sie haben nicht zugegeben, ich betrachte ihn. Aber sie verstanden schon, als er das Klick auf ihn sehen und er hat gesagt, er gewinnt. Und er hat einen Schauspieler, der hat den Schabler im Schatz gehackert, der ein Eker, der der Heiligtum ist, hat er gewonnen. In der Nachgurin ist dann klar, es stellt sich nicht mehr eine Schreie, nicht mehr und Aush. In der Nachgurin haben wir die Schraufe, wie die Schraufe. Aber die Menschen sollen sich nicht alleine mitnehmen, sondern er muss essen von seinem Sprich. Für die Nachgurin haben wir jetzt die Zeit, wo man esst von seinem Sprich. Das heißt, die Stadt finden da, was die alle, die jungen Leute, die kommen da zu verbringen, zu schiuren. Der Zmiche darf kommen von der eigenen Lappes, von uns allein. Der Rebbe, wenn er aufgehört, alleine mit Menschen auf Yechidus Protis, sie gewöhnt sich. Das ist mit Sof, Topschen, Mamelef. Hat er gerät, als man meint, dass er ach ist, hören. Also jetzt kommen die Aufnahme, jeder eine bei Protis. Das heißt, er hat geguckt auf jede Sache, was lechere, kommt das Reis von, weil der Elm gewonnen größer ist, es ist ein Chisoren. Aber der Rebbe hat geguckt auf den, wie es ist ein Meile. Einmal ist das Sachen, was von den Drösten guckt das Haus aus, es ist ein Chisoren. Aber wenn er immer, wie Pneum ist, liegt da ein Meile. Es ist die selbe Sache, wenn der Rebbe geschickt, Menschen zu den Drösten und zu den Drösten mit ihnen oder zu den Drösten eingestellt werden, sie werden eingestellt beim Rebbe, als er ein Drösten gewöhnt werden, als er mit den Drösten zählen, die Drösten beginnen, oder die Drösten beginnen. Man darf zahlen von den Drösten und den Drösten. Und das Bore in dem ist, wenn ein Mensch zählt von dem, ist nicht nur das weißeste Teil bei ihm, sondern es ist ein Wert bei ihm Teil. Durch die Zahn, durch die Geben, Wert bei ihm Teil. Es steht in Sphorien, in Sphorien, in Sphorien, als Ava ist wie loschen Hav. Als zu Kitei zu hoffen, Ava zu hat, zu einem Menschen, oder zu einer Sache, darf man geben, das ist der Weg, wie zu kommen zu dem Ava. Alle Wesen, ich habe uns mit Heimt zunächst geklebt, ich habe auch gehört, dass der Lebsimke gewinnt bei einem Diner, er gewinnt der Gastredner, hat er gesagt, bei den 8 Diner, die Redners retten teuer und man meint Geld. Ich will retten Geld und ich meint teuer. Aber da dachte ich mir, da können wir sagen beide Sachen, wir können retten, sei teuer und sei Geld. Jede Woche, jede Woche, fiel ich, als ein Teiver, als er, wie Eisel Homler schreibt, so ein Brief, wie er schreibt, zu einem Menschen, wenn er angeben lernt, nicht sieht es. Er schreibt, wenn er, der hört, ach zu der Scheme, in Mavade, sagt er, er gewollt, schreien von der Dächer. Also ich schreibe er. Und mit Nei Sibala, es ist sie keinem. Er ist gegangen, schreien von der Dächer, der muss von der Likus. Jeder, jeden Tag kommt vor der Schere, vor dem Leben. Und es ist ein junger Mensch beim Eire, und sie gehen vor der Schere. Ich kann es nicht verstehen, vor wo sie gehen. Es ist ein Schere, die ganze Welt ist da, sie gießt sich an die Kuss und die Gassen. Und jede Woche, hoppen wir da, es ist ein kleines Mögel, aber es kommt, er legt die Finger, jede Woche, er wird beschuget, er geht an den Spiders. Und ich verstehe, vor wo es. Es ist keiner mochig, ich kann es schreien von der Dächer, aber keiner mochig, es ist zu schreien, aber es ist eine von der Sachen, was ich bemerkte, der Schere, als, als ich, vielleicht, ich lege an den Kutisiches, es ist der Ebbus-Täle, und es ist, es ist, es ist Geschmack-Sachen, aber ich habe nicht geguckt, ob der Kutisiches, als ein Bier, oder auch sie das. Da, jeden Schere, jeden Stück an einem Biss, kann man wahr sein, man trifft, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, was man war, und es ist nicht, ein bisschen, zu Neugekleben. Es ist eine Sache, es ist eine Sache, es ist eine Sache, und es ist, es ist natürlich, der Kutisiches, der Kutisiches, ist eine Sache, und es ist eine Sache, eine Darmalchus, auch nicht die Darmalchus, Wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen, 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 wir Und der Rebbe schreibt zu Hasliach in Pittsburgh, Leina Porchuris, schreibt der Rebbe this, Deir hashrar febriv, und teich von der Brivis, azir, zigeit pamelech d'Anyon, im Beemestetel. So der Rebbe, um Mosah, yaschilu, seif, seif, lasse, ischelkom, baafotsis, maionis, ebal Shem, tev, chutzu. Uwe, am Mosah, yaschilu, seif, lasse, ischelachot, meitonu, kdyshe, yikkuyam, maschoonu, labal Shem, tev, shiob yioz, legoleinu, min hagoleis, goleis, hagoleis, 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 veinze, luchidudi, klal, uklal, kimaakosuv, beggeris, akkedi, shalabashem, tev, pschuti, kimashmooi. Iverten on meibenton in afotsis, maionis, sabal Shem, tev. Rebbe, esmam sich weiter. Vosem mein Kavone. Mein Kavone, si jeder einer, avu ar iz, sai er, sai seine chaveire, min seir steth, zol machen asviva. Asder al-te Rebbe, forend ik iber da velt, un kumend ik lo machnei, zol er nit kumend er fremd. Dort treffen dort an egenem eilom, egenem beismedrish, shemes von siddische Sforim av dem Flore. Und er avir ful mit eisiges ateire bihra shomein bichlal, un eisiges siddisch habad bifrat. Asder al-te Rebbe, forend kumend er fremd, egenem beismedrish, shemes von siddische Sforim av dem Flore. Das ist was Walgerd sich dort. In Topshin yut Beis, Rav Schleimachayim Kesselmaat, abuus dem Hatschmich und Gfar Chabad, gifreg dem Rebbe, a ganze rechime von Scheilis, wie darf er arwechstelung die Yeshiva, jenem eimeltrish hongge, arwechstelung die Yeshiva in Lüb, in Eretz Yisrael. Und Rebbe, o tem Madrigge, bern al kol tzad v'shal, sai bin hege, wie zu lernen, wo zu lernen, wie man arwechstelung, wie das darf arbeit in der Seder, a Yeshiva, zusammen mit der Fatschers von Aionis. Und Rebbe, Rav Schleimachayim Kesselmaat, abuus dem Rav Schleimachayim Kesselmaat, was ist mont der Ebi-Shtephan Hayti-Kendor. Einfer der Rebbe, a zei. Mimei itonu eimeltrish hongge, bisid Havai, elodaz, bbirur, kan einfer Navdem-Sheilu. Aber was nirev, yishleim rakuponim bederich Ebsherhu, sheichinu bishvilainu ez kol hanuchutz, v'nitzrach, v'gamelohamu kvoras milchamteinu, m'shin gifirt alle mulchum esfarunz, v'onu eimlonu eimlonu ele lohovi Samaionis chutsu. Schaib der Rebbe azei. Mimei itonus shinfarunzugi greit, v'anander gileikt av de teller midi klei achilo, un'arobgenu min kemah di gantzi isnagdus lafot Samaionis. Mochhin gegebim de teller, mochhin gegebim de goplach, de leflach, mochhin gelegtem eesneig av den teller, mit avonor brengendus du de mensch. Das is de tafkit von Deir Zev. Noch ha'briv, sehzehni gehe zu, nutzum mir hidin v's lebe do in dem stott, in dem stottel, nisht ase jedua dike, nukude, kdei da somad gisein. De briv is, ha'briv, Rebizok Al-Fassi, sehzeh giluf un de cheiker achsidis, Rebimond Ba'emez, un nutzum zainne, kishreinis, in afotis achsidis, shayb der Rebazzei, va'af, sebe vada yafotis hama'iadus bichlolusomukhrachasi, avul yudua ha'chshibis hamiyuchedes be mitzveh sheyafshelass al yedi akheirim. Ve'lochein, inye nafotis achsidis, sema'atim ha'mumkim bozeh, harayu begader sel mitzveh sheyafshelassayitzu al yedi akheirim. ve'lochein chunan be'kishrein miyuchid bozeh, harayu kidemes si gamla'vidosai, shalafotis haiyadus bichlolusomukhrachasi. Haid labdo imonzi, netrach, tuta, ha'inteshin da, arum, nedo, fustetlof, usta, idin, vuzan, nukhweil, nukhneish, kishimitairu, mitzveh. Labdo imonzi, kenelamol trach, azgut, ma'inne, kenelich, ben, shalulub, muta'idin, in, in, isidus iz noch kumtfar, da'vede fan hafotis haiyadus, vualo sazach, vusyyev shalas, salidi acherim, lulub, ki yeder eine ben shalulub muta'zvetin. Abregeben ashir tanya, faheren av tanya, di alaz, puhuluz az metodo in demesid, ma'atim hamumchim iz yeder einer, mizetak dobe muhkhe, shen demesid, yeder eine filtar achreiz, avzu, arayimbrig no chayid, in, demini fan hafotis hama'ionis. Saim zem do, ondic in zvih, ondic in demeilom, vuzve, lulshaynis, vude rabbi schreib, merdiki lulshaynis, rabbi schreib tazei, schreib zuhaid, veghul sazat, schreib veghne fabregin, finit eskislu, segeven, hata loshek, veno veno, lishtadil hu vekol haburosei, vekibush shalachutzo, vim chosse lufisho, dhimut alze, sefelta bissel energie, izbeinenu, adoschalt ob di geula, tchies hameisim, un zuzend zik mitnerem, dem schwer, mitnerem, zinfote, haumnom, bengt zik haichnisht, vahyyesh ishtadus, shetikshah beinahe, mububad, shiagihul oze, vuzve, sdvorem kibshuto, ize imedafo, ben amol dhimut, av ton, in kibush, shalachutzo, so dettrak zikharayin, vos, tozbrig, vod eshaal top. Klasiom, rebe gehata, vena ashliach von den Reben, vregiwen, zee imnot med den Reben, asher andre gedenki, namre meishehecht, veta, vesepeciel, un kirov von den Reben, mamr, sreibn zoem, nisht via regal urkossit. Adka di kach, zee vakan de meilu, metof shinun beiz, erz nifte givoren, du chuch mer, chof gimu, zi chofdar lo tevis, nisof tevis, tov shinun beiz, rikumen, achedash frier, apor vok, frier ba dolaren, nemena dolu, von Reben, avzuntik, vod egevenem nemehant, achshalom aleichem. berkiddish dahantzog, vena gwenhachosid, vena gwenhachosid, vena gwenhachosid habad, vena gwenhachosid, vena gwenhant, z der Rebbe geredt mit dem ein Gor-Gor-Anders, der ganze Anhoge mit dem jemand anders. Schreibt mit dem Rebbe, der Rebbe, mit einem Tov-Shin-Chess, der Rebbe von Pesach, der Mikhtav-Broche, zum Sof schreibt der Rebbe, Retzel-Chess, also, Gewaldra Meishe, was wird sein, der Tachlis. Mashiach hat gesagt, der Baal Shem-Tiv, also, wartet mit seinen Kumen, auf Geofutsu, meine Issech und Chutzu. Und das hat man gegeben, uns, Eiswiden. Und zum Sof, was tut man in dem? Betut hat Hebe, und der Rebbe schlittet, in Meimer, wo erbreen diwerter, G'uula Hoa Asido, hetluch Aloshen, der Monter gleich, Lowei, bimheirav yameinu Omen. Das ist ein Medaik. Mein Zain, behalte ich mit dem Sof, und der Sof, und der Sof, ja, das ist ein Meimer, meirameinu Omen, das ist ein Meimer, mit dem Haggit, dem Zag, und der Wollatzi in Geil. Der Rebbe sagt, G'itakuk. Und der Rebbe schreibt, G'uula Hoa Asido, das ist ein Medaik. Bimheirav yameinu Omen. Meintos, also darf sein, Ota Tod, ist, was ist ein Detach, du sagt er, dem Meishem, davon im Tod. G'uponim, Lachayim, Lachayim, dukt sich also, die Wörter, das ist ein Maat, mit einem Maat, von dem ganzen, von der Rebbe Isis, was ist das, was ist das, was ist das, das ist ein Maionis, der Cheif, und der Achreis, und der Monung, und der Tvih, was der Rebbe hat, für jeden einen von uns. Lachayim.